Und da sind wir wieder. So, ich, mein Mikro macht sich gerade davon. Moment, jetzt. Ich habe herausgefunden, warum wir hier die Sachen nicht verkaufen können. Uns fehlt natürlich eine Cashcard. Die holen wir jetzt gleich nach. Und zwar befindet die sich... Was ist? Unterlage. Ziehe. Unterlage. Da ist sie. Zack. Was heißt? Warte, 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 warte. Äh, wechsle zu... Zack. Gib. Das brauchen wir nämlich gleich. Nimm ab. E. Gib. Gib. Feuerzeug. Du ist es. Zu Annie. Ping. Wechsel zu Annie. Und jetzt können wir das Zeug verkaufen. Hallo. Zeigen Sie mir, was Sie wollen. Kann ich Ihnen helfen? Verkaufen. Verbogenes Messer. Ich würde gern dies hier verkaufen. Hm. Oh. Wow. Was für eine schöne silberne Skulptur. Die gehört eigentlich in ein Museum. Geben Sie mir Ihre Cashcard. Hier. Danke. Hier sind 1500 Dollar. War nett mit Ihnen Geschäfte zu machen. Und die Gitarre. Ich würde dies hier gern verkaufen. Hm. Geben Sie mir Ihre Cashcard. Hier. Danke. Hier sind 99 Dollar. War nett mit Ihnen Geschäfte zu machen. Wir haben 139 dafür gezahlt. Ich wünsche mir, die sah anders aus. Aber na ja. Jetzt müssen wir zum Bahnhof. Äh. Zum Dingspunkt hier. Zum Flughafen. Wechsel zu Zeck. So. Reden können wir immer noch nicht. Dann machen wir es eben mal alleine. Äh. Hm. Wach auf, du Schnarchnase. Warum nicht? Oh. Sie sind es wieder. Alles einsteigen. So. Wo sind wir denn hier? Wie? Also. Gut. Los geht's. So. Nutze. So. Wir fliegen jetzt nach Lundun. Einen angenehmen Flug später. Wie sich das gehört. Ähm. Und hier nach Katamun, Nepal. Lundnethro. Einen angenehmen Flug später. Hihihi. So. Was haben wir hier? Lies. Schild. Nur mal ein Schild. Jack 1. Transit zum Flughafen. Nur Cashcards. Hihihi. Zack. Den stopfen wir uns. Halte den Dieb. Du kommst sofort mit. Ja. Mach's dir gemütlich. Dann wirst du eine Weile bleiben. Ich nehme deine Habseligkeiten. Pfff. So. Wir haben jetzt nicht viel. Um genau zu sein. Nix. Aber das ist nicht schlimm. Weil. Wir können mit Annie. Ihm helfen. Das müssen wir jetzt auch tun. Sonst wird dort nix. Natürlich krieg ich von außen nicht auf. Nix. Der Fahrer schläft. Ähm. Oh. Das klappt nicht. Hehe. Okay. Jetzt habt ihr gerade live eine Sackgasse gesehen. Äh. Können wir sie gleich nochmal von vorne anfangen. So sollte das eigentlich nicht geschehen. Wir müssen eigentlich mit beiden gleichzeitig dahin zum Flughafen. Jetzt weiß ich allerdings nicht wie. Dann fangen wir hier nochmal von vorne an. Alter. Nee, nee, nee. Der war ja hier. Hallo. Kann ich Ihnen helfen? Verkauf ein verbogenes Messer. Ich würde dies hier gerne verkaufen. Hm. Oh. Wow. Was für eine schöne silberne Skulptur. Die gehört in meine Kunstsammlung. Ach doch nichts, Museum. Geben Sie mir Ihre Cashcard. Hier. Danke. Hier sind 1500 Dollar. War nett mit Ihnen Geschäfte zu machen. Ich würde dies hier gerne verkaufen. Hm. Geben Sie mir Ihre Cashcard. Hier. Danke. Hier sind 99 Dollar. War nett mit Ihnen Geschäfte zu machen. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Gehe zu Bus. Wechsel zu Zack. Wechsel zu Zack. Eigentlich müssen wir mit beiden hinfliegen. Ich habe bloß keine Ahnung, wie das geht. Irgendwie habe ich es mal hingekriegt. Das ist aber schon lange her. Zack. Ich stelle Ihnen hier an wie der erste Mensch. Oh. Sie sind es wieder. Alles einsteigen. Äh. 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 Warte mal. Ich benutze Cashcard im Cashcard-Löser. Das klappt nicht. Wieso nicht. Und gut. Los geht's. Gut. Dann bleibt Annie eben da. Wechsel zu Zack. Wenn eben nicht. Müssen wir was andersrum machen. Ein total miserabler Flug später. Ein total miserabler Flug später. So. Wieso bin ich clever. Und zwar einmal speichern bitte. So haben wir getutet. So. Ich benutze. Feuerzeug, nimm auf, heu. Feuer, Feuer. Ein Feuer? So, mal sehen. Nimm Fahnenmast. Nimm Zähnenschlüssel. Öffne Schandtür. Ist da irgendwas drin? Er ist leer. Steckbrief. Nimm Steckbrief. Das kann ich nicht mitnehmen. Zieh Tisch. Kann ich nicht bewegen. Okay, na dann, raus da. Benutze Cashcard mit Jack. Einen langen, staubigen Ritt später. Aha, so macht man das. So. Ähm, nee, warte mal. Immer noch was vergessen. Immer noch was vergessen. Okay, der ist immer noch nicht da. Tisch. Steckbrief. Flugblatt. Das kann ich nicht mitnehmen. Okay, dann lies Flugblatt. Das ist ein Bild von einem Fahnenmast. Aber ich kann kein... Was? Napalesisch. Ich kann es nicht lesen, aber da ist ein Bild von einem Meteor. Aha. Ein Meteor. Na, was das wohl sein soll. Schließe Schranktür. Wir haben ja noch was vergessen. Wir haben ja noch was vergessen. Was war hier? Wächter. Genau. Gib. So, wo ist es? Buch. Oh, du bist ein Anhänger des Gurus. Du darfst eintreten. Zertifikat. Okay, dann fangen wir an. Die ist Postkarte. Ein Bild von einem afrikanischen Schamanen und dem Guru beim Golfspielen. Wink mit Zaunfall. Zertifikat. Verliehen an Swami Hulanwanda. Für den Weltrekord von 19 Schlägen auf dem Kurs von Beppel Beach. Das klingt auch nach Golf. Kauf das Buch, wie du dein Selbstbewusstsein hebst und die Golf-Punktzahl senkst. Erhältlich an vielen Flughäfen. Da kommt er angeschwebt. Ich rieche böses Karma. Du musst warten, bis es verflogen ist. Geh nicht weg. Äh, okay. Da müssen wir tatsächlich ein bisschen warten. Geht's jetzt? Ich benötige diesen erotischen Besitz nicht. Du hast deine Sünden abgelegt und du kannst beitreten. Ich werde dich die Bedeutung lehren. Es wird dir ermöglicht, deinen Geist, einem Tier zu übertragen. Konzentriere. Eine Stunde später. Dann schmurrst du mit einer Prise Knoblauch in Jagdbutter an und... Zwei Stunden später. Und da sagt er, das war keine Lady. Das war meine Frau. Ha, ha, ha. Kapiert? Drei Stunden später. Aber es klappt nur, wenn du in Kontakt mit der Erde bist. Nun geh und tu etwas Gutes. Okay, das hat funktioniert. Jetzt können wir den blauen Kristall nämlich benutzen. Das ist immer sehr angenehm. Äh, da, 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 da. Wie viel Kohle haben wir eigentlich noch? 7.337 Dollar. Ein langen, staubigen Ritt später. So, hm, hm, hm. Ticketautomat. Dun, dun. 1.500, alter. Was sind Preise? Da liegst du da nütter. Ein angenehm Flug später. Was für ein unangenehmes Bogen. Wow. Jawohl. Gott ist das laut. Total unangenehm. Ähm. Hm. Ich weiß, dass wir diese Wache hier besoffen machen müssen. Ich glaube, das macht Annie, aber bin mir jetzt nicht sicher. Ich weiß, dass wir diese Wache hier besoffen. Entschuldige mich. Ich habe Dienst. Hm. Okay. Okay... War das nicht hier? Wo können wir denn noch hin? Brauchen wir nicht, da waren wir gerade Das brauchen wir viel später Frisco weiß ich Gucken wir mal in Miami Ein total misodrablen Flug später Ach hier ist der, haha Per Zufall richtig, das ist doch schön Hast du ein bisschen Geld dabei? Gib Buch zu Penner So... Hast du ein bisschen Geld für mich? Gib Buch zu Penner Hä? Ich hab von dem Guru gehört Lass schon mal gucken, was der so sagt Aha 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 Jetzt verstehe ich Ich brauche den Whisky nicht mehr Hier nimm Danke Plötzlich keine Hochdeutsch Genau, hier haben wir den Whisky Hä? 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 Äh... Miami geht nicht Miami Wegen Reparaturen geschlossen Ganz Miami. Naja. Hehe. Ähm. Ne, warte mal. Das klappt nicht. So, jetzt haben wir den Whisky. Ach, ah, genau. Das brauchen wir. Ich liebe das Bermuda-Dreieck. Man weiß nie, was einen erwartet. Deswegen gab's, hab ich dir auch einen Fallschirm. Hey, ich weiß einen guten Witz. Hast du schon von unserem Basketball-Team für kleine Leute gehört? Äh, das Team heißt Bermuda-Shorts. Hahaha. Äh. Oh nein, nicht schon wieder. Was ist jetzt? Alles verschwimmt. Wie kommt das Wasser? Das Wasser kommt immer näher. Ah, ne, wird immer weiter. Ich hasse, wenn das passiert. So, genau. Diesen Farben-Code, den brauchen wir. Ich notiere den mir mal kurz. Äh, das ist... Rot-Blau-Grün-Cyan-Gilb-Und-Pick. Wie war nochmal die Kombination? Oh ja. Ach nee, das war's. Haha. Gelb. Rot. Zürn. Das war die Kombination, die wir brauchten. Nochmal zuhören. Kommst du, da bleibst du. Ich bin weg. Hoffe, die Reise war angenehm. Total angenehm. Total, Alter. Total. Total. Bis zum nächsten Mal.